Ich habe hier wieder das Liverpool-Trikot, ne? Mit Salava sogar hinten drauf. Und beim letzten Mal, als ich das dabei hatte, ist Son rausgekommen in Rot. Okay, dann würde ich sagen, als allererstes mal Rivals hier mitholen. Ah, nehme ich die, äh... Ja, die Packs hier, komm. Ich würde sagen, wir öffnen die erstmal, danach machen wir Weekend-Digrewards. Erstmal hier die Rivals-Packs öffnen. Ein Wargott muss doch jetzt hier dabei sein, oder? Einen müssen sie doch mal geben. Ich habe auch heute irgendwie so ein Feeling, dass heute eine Icon kommt. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie so ein Feeling habe ich heute. Gönnen, 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 gönnen. Ah. Auch schade, dass im Moment keine Upgrade-Packs da sind, ne? Da könnte man die schön ein bisschen spammen, aber so funktioniert das nicht. Vielleicht jetzt? Ah, wieder nichts. Wieder nichts und wieder nichts. Und? Ah. Nix. Egal, gleich haben wir noch Weekend-Digrewards-Gold 1-Rewards. Da können doch dieses Mal jetzt was... Die können doch jetzt mal was gönnen. Und nix. Pack. Fährt wieder nicht durch. Oh, warte. So, Doppel-Draw auf Felix. Rein da. Ne, ich habe einfach Verein ausgemistet und alles, was ich nicht brauchte, verkauft. Oh, Walkout. Ist das sogar Champions League? Ach, Gulasch, ey. Ist doch scheiße, ist das doch. Ne, ich habe einfach Verein mal ausgemistet und dadurch die Münzen halt bekommen. Oh, dahinter noch ein Inform. Leider untrade, aber... Ja, gut, passt schon. Ach, Mann, ey. Ich dachte jetzt, jetzt wäre es soweit. Jetzt kriege ich nochmal was Geiles. Nehmer oder so. Aber leider nicht. Vielleicht jetzt? Der fährt nicht mal durch. Comeball. Gut, dahinter wird noch irgendwas sein, aber... Oh, nichts Besonderes. Castells. So ein 80... Ja, ein Player-Pick hier. Schmutz. Aber dann würde ich sagen, haben wir jetzt Weekend League Rewards. Und da musst du doch jetzt was gönnen. So, dann würde ich sagen, holen wir die Weekend League Rewards ab. Gold 1 zum ersten Mal. Ach, bitte gönn doch jetzt mal was. Gönn doch jetzt mal was. Komm schon. Wir gehen rein. In 3, 2, 1. Komm schon, gib mir was. Oh, ja, ist nice, ist nice. Der ist 250k-Wert oder so. Hat Allrounder 80er-Stats. Ist nice. Ja, wir können einen Chat-Pick machen. Dann lass uns Chat-Pick machen. Dann mach ich das weg. Ja, dann machen wir Chat-Pick, Jungs. Mach ich das aus. Und dann... Schreibt mal rein, was wir bekommen. Schreibt mal rein, was wir bekommen. Hier, Mo Salah. Dich brauch ich. Mo Salah, dich brauch ich. André, Schmutz, Messi. Ja, Messi kann doch gar nicht sein. André, André, Schmutz. Ja, okay. Lass uns das gut sein. Lassen wir es einfach gut sein. Mal gucken. Ja, okay. André ist an sich nicht schlecht, aber werde ich halt auch nie spielen. 200k-Packs. Ich brauch irgendeinen... Ja, Doppeltrend ist immer gut. Doppeltrend ist gut und wir gehen in das rechte 100k-Pack rein. Ach, du Scheiße. Nicht mal Walkout. Ja, was soll dahinter sein? 85er trotzdem, aber... Ach man, gib doch den Walkout-DiSport. Gib ihn doch bitte. Was kostet der? 20, 15k. Ist okay, aber... Auch nicht wirklich gut. Ja, dann hole ich mir meinen nächsten Nicht-Walkout jetzt ab. Komm schon. Mein nächster Nicht-Walkout. Ich gucke aber weg, ob es ein Walkout wird. Ich gucke weg. Oh, mal gucken. Leber? Ah, ist Chesney. Ist okay. Ja, ist wenigstens Walkout, aber... Jetzt seid ihr noch ein Waran, dann bin ich zufrieden. Ah, okay. Lassen wir es einfach gut sein. Okay, Marc. Also. Ja, dreht dich um einfach. Tony. Der hätte letztes Jahr einen Totz. Er hat jetzt richtig gute Packs, oder? Was sagst du? Richtig gute Packs. Richtig gut. Ja, okay. Oh, der fährt sogar durch. Das ist Rashford, Marc. Rashford. Ja, der ist 10k wert oder so. Kommt auch nichts. Mega-Pack, die Schmutze. Ah, okay. Hat sich gelohnt, die Wurz, sagst du? Hat sich Wicke... Wicke hat sich wieder mal gelohnt, sagst du? Komm, Nitschan, nimm Packs. Oha, die Maschine, nimm Packs. Nein, nimm doch... Jawoll. Zwei Picks. Zwei Picks hat er auch hier. Mal gucken. Geh mal als erstes für ihn rein. Delaney will er haben. Aber Wolf, das ist ein Ex-Dortmunder, Nitschan. Da kannst du dich nicht beschweren. Das ist die beste Voraussetzung jetzt für deinen Delaney. Okay, er macht. Ah, Andre ist aber okay, würde ich sagen. Er kostet 50k oder so. Er ist okay, eigentlich. Erstes Pick. Ja, kein Walkout. Können wir skippen. Vielleicht jetzt Walkout? Oh, Walkout. Normale Karte. Frankreich. Varan. Oh mein Gott, Varan. 100k. Let's go. Ey, richtig gut. Richtig gut schon. Einfach Varan gezogen. Also ab jetzt musst du noch Rewards bei mir öffnen. Jungs, zieht alle Rewards bei mir. Da kommt automatisch Packlack. So, okay. Ein 55er und ein 50er. Ich mach mal erst das 55er. Weil das 50er eigentlich besser ist. Warum schon? Ich hab ja... Naja, auch 200er. Oh, Walkout. Wieder normale Karte. Ah, Fliegenfänger. Fliegenfänger Navas. Ja, Packrate richtig hoch. Packrate ist eigentlich recht gut. Und Navas schmeckt doch. Ist ein gutes Pack wieder. Sehr gutes Pack. So, und jetzt noch ein 50k Pack. Doppel-Drawer-Felix. First Try. Wir gehen direkt rein hier. Direkt rein da. Nicht langschnacken. Okay, kein Walkout. Fährt aber dafür durch. Ah, skippt der einfach. Ganz gediegen einfach skippt. Ist auch nichts Besonderes. So. Dann gehen wir hier auf Icon Liga. Wo ist es? Icon Liga. So, wir machen erstmal... Holen uns jetzt erstmal den Ryan Giggs ab. Okay, kein Ryan Giggs. Kein Ryan Giggs. Komm schon, bitte. Schade. Wäre geil gewesen. Ja, Tschech würde wehtun. Ah ne, Ukraine noch. Wird auch wehtun. Ist nicht, Gott sei Dank. Tschech, komm. Kein Tschech. Okay, ist kein Tschech. Serbien. Vidic. Wär schrott. Ah, ist kein Vidic. Schweden. Okay. Auch kein Schweden. Vielleicht Schottland. Leider auch kein Schottland. Leider kein Schottland. Wir gehen weiter. Mittleren Yashin. Okay. Ist nur mein Baby Yashin. Hoffentlich habt ihr keinen Schock bekommen. Rumänien. Hachi wird wehtun. Ach, Gott sei Dank nicht. Republik Irland auch nicht. Komm schon, bitte. Ach, Mann. Gib mir doch. Oh nein, Okocha. Wär witzig. Ah, es wäre ein Schmutz, aber wäre witzig wiederum. Kroatien Schuka. Auch kein Schuka. Schuka wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. Oh, Eto wäre so geil. Ich würde mich so über Eto freuen, Mann. Scheiße. Eto wäre richtig geil. Lied geht los. Und komm, gib mir den Eto. Ah, schade. Nakata. Nakata kommt jetzt. Ah, kein Nakata. Kein Nakata. Ugana wäre nice. Leider auch kein Gana. Oh, Trogba. Ich war ja Trogba. Oh. Dänemark ist wichtig. Das wäre mal. Also Dänemark ist wichtig, den durchzuhaben. So, jetzt kommt. Wir haben wahrscheinlich Top 9. Oder den, ähm, Stoichkopf. Okay. Wir haben Top 9. Wir haben Top 9. Die legendäre Rüllet-Perücke, Digga. Guckt euch das an. Wie ein Rüllet. Und jetzt, gib mir den Rüllet. Warte. Wir müssen Positionen. Erstmal Torwart. Scheiße. Okay, Verteidiger Krumann. Okay. Okay, Niederlander haben wir nicht. Niederlander haben wir nicht. Okay, das war's mit Rüllet. Rüllet leider nicht. Leider kein Rüllet. Okay, wir gehen mit Spanien. Ja, mit Verteidiger. Oh. Spanien ist durch. Hab ich ganz schnell gemacht in Spanien. Die Spanien-Flagge. Oh, Italien ist immer schwierig. Wir ruschen durch. Oh mein Gott, es ist so schlecht. Es ist so schlecht, dieses Spiel. Es ist so schlecht. Guck ihn dir an. Oh mein Gott. Viri ist so scheiße. Viri ist so scheiße. Oh mein Gott, ist der schlecht. Piss auf, Viri. Piss auf, ey. Ich schwör's dir. Alter, Viri ist so kacke. Viri ist so kacke, ist der. Der ist so kacke, dass er kacke ist. Der ist so kacke, dass er kacke ist. Der ist so kacke ist. Untertitelung des ZDF, 2020